so ja Spawn mal, ich spawn bei Sergarogor und Sergarogor ist tot und der Typ vor mir hält 50 Schuss der P90 aus und er ist tot und ich hab 94 damage ihm gemacht gut, dass ich das aufgenommen habe Wieso bist du denn? Wir haben uns gegenseitig gekillt Oh, wir haben schon einen Kill und das war meiner Er gehört mir Meiner! Will ich wieder! Oh ja Genau Es ist nicht schlecht, dass das jetzt Die MZ14? Ich will die MZ14? Nein Ja, da kam viel zuviel rein Ich hab's gesehen Hab's gesehen Oh, ich bin der Winner, hab die M5K und ich bin Imba Einfach mal reinhauen Ich weiß, es bringt nichts, aber einfach mal reinhauen Ich steh auf der einen Seite der Veranda und bei der Jeep auf der anderen Seite der Veranda ab Ich hab' nicht mehr Ich hab' ich auch Ich hab' ich auch Ich hab' das was Wenn man die Fensterscheibe nicht sieht und dann dagegen läuft und der kann auch keine Kanaat nöf das wird nicht einfach so lustig August A3 ja zur Information und ich meine die AUG A3 aber ich habe früher Battlefield Play of Free gespielt ja ich weiß es ziemlich nur nicht und ähm das war ziemlich witzig weil er gab es auch die AUG und wir haben sie mal August genannt und wir brauchen den Namen für der AUG Name der mit AUG anfängt ja und so kann wir zu August ach du bist das hallo ach so wie kann der uns beide ach der hat eine Bison erkannt das ja nein PP19 bitte das ist die Bison weil die Schall gedämmt ist ja aber bitte PP19 nennen in der sie heißt sie Bison ja wieso PP19 oh ich hab an den 1 6 Pfeiler gebrochen weit und breit Darkman ich komme zu dir nein nein gut gut jetzt lasst er hin und jetzt ran ne ich springe auf dieses Teil und danach mache ich erst die Kill ja boah boah Tag Light echt ja ja okay wo wir sind nicht die schlechteste das weiß ja 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 wie geht das doch das muss ich mir nachher nochmal das wirst du von dem auch getötet wer der erste mit 9 4 mit 9 4 er hat er hat also du what the fuck ich bin gar nicht auf die Welt drauf sieh mir so schlecht ey ey oh ich bin doch drauf na he Da oben steht einer. Mag er dich? Nein. Okay. Der kommt wahrscheinlich aus dem Ruhm. Nein, der Typ ist tot. Achso. Und ich bin tot. Da oben ist da einer mit der MP7. Meinst du, ich schaffe das? Nee, der wollte sich messern. Der wollte da hinten von uns messern. Ja. Ja, zu mich. Ah, hinter uns. Ja, doch, doch. Ja, doch. Na, was ist das Opfer? Hey, das sah so cool aus. Du hast dich vor den gekniet. Scheiße. Nein, ich habe ihm keinen geblowt. Ich habe ihn mit meiner Wumme voll ein ins Gesicht geflagert. Ja. Oh, mit meiner Wumme. Das war eine sehr unglückliche Ausdruckswahl. Ich meine natürlich mit meiner P90. Ja. Und P steht nicht für Penis. Darauf wäre jetzt keiner gekommen, wenn du es nicht gesagt hättest, hinter hier. Doch. Irgendjemand wäre drauf gekommen. Schreibt in die Kommentare, als ich P90 sah, habt ihr am Penis gedacht oder nicht? Schreibt in die Kommentare. Bitte schreibt in die Kommentare. Ich labere. Ich labere nur scheiße. Ich labere nur scheiße. Das hast du. Aber hinter uns. Ich labere nur scheiße. Das hast du. Hinter uns. Hinter dem. Er Advanced-Francis. Echst. Ich habe keinen Blüm. Oder keinen Elm. 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 Elm, 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 Elm. Ich probier jetzt mal was aus. habe ich zwar nicht mehr so viel munition welche wache denn das ist keine gute idee nicht und sie nicht das ist die genaueste waffe gerade das ist so krass bei der waffe du musst nicht mal train um ein typ noch dann hat ihn abzukriegen nur ein paar bücher rückteile schießt man gleich genau heute schreibt er mir was lassen die raten bis natürlich so ein noobie der skype nicht auch beschäftigt gestellt hat nein weil der bleibt da wer denn dieser ohio wer ist denn das weiß nicht wer das ist nein wir sollen das sein was machten der was meinten denn zu dir vor Ort ich kriegte dauert es war noch nicht mal ein Headshot ja da habe ich die drittmeisten Kitzel genannten Spiel drittmeisten Kitzel ja ja drittmeisten Kitzel drittmeisten Kitzel drittmeisten Kitzel drittmeisten Kitzel drittmeisten Kitzel ja warum geht der in meine Richtung und nicht in deine da ist einer runter gegangen ich probiere jetzt jede Waffe einmal durch bei der wo er am meisten Kills macht bleibe ich oh oh ich geh ins Klo oh oh okay oh 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 ja i du wirst du was sagt du Da stehen drei Leute, ja? Ich mach allen, glaub ich, so gefühlt 80 Damage und würde keine einziehen. Und dann schießen sie auf mich und ich bin tot. NPC Gleich ist es aus. Boah, nein. Wie lange er... Alter, du. Das hätte ich jetzt zu gerne auf filmen. Du hast 20 Kills. Ja, du bist nur neunmal gestorben. Wie geht das? Äh, P90. Gut. Ich hab doch gesagt, das ist meine Lieblingssache. Naja. Aber okay. War's doch schon mal Battle for Play for Free. Und mit diesen wunderbaren Worten sagen wir... Winke, winke. Tschüss.